Nein, da kommt noch irgendwas richtig Mieses, glaube ich. So, noch eine kurze Unterbrechung durch meinen Bruder, geht's nicht weiter. Oh nein, jetzt haben sie es kaputt gemacht. Moment, ich hab noch nicht gewandt. Scheiße. Scheiße. Das hätte so ein schönes Ziel abgegeben, aber es ist gut, dass sie mich hier besuchen. Unter diesem Silo ist ein taktischer Atomsprengkopf vergraben, der in Kürze detonieren wird. Da ich ihn nicht abschließen kann, muss ich ihn dort detonieren lassen, wo sich gerade befindet. Bitte beachten Sie, dass alle Heimgegen zum unterirdischen Komplex versiebelt wurden. Auf Wiedersehen, Commander. Ein Transport auf den Luftweg ist nicht möglich. Sie müssen den Landweg benutzen. Die Analysen zeigen, dass das Gebirge im Osten ihre Einheiten vor der Detonation schützen würde. Alle Einheiten müssen das Gebiet verlassen, bevor der Spannkopf detoniert. Dieses Tal ist ihre einzige Fluchtmöglichkeit. Ich wusste es. Und wo? Und ich krieg keine Vers... Oh nein, das lade ich jetzt aber nochmal. Ich wusste, dass sowas passiert, deswegen hab ich auch... Wo hab ich denn zuletzt gespeichert? Da. Ich wurde auch noch gar nicht so das Zeug zerstört, ihr Idioten, ihr selten dämlichen. Nie machen sie das, was ich will. Da, Verteidigungsgebäude vernichten. Die Beide wird angegriffen. Vernichtet, das da. Das da. Das da. Das da. Und wegfahren. 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 Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. So, jetzt lassen wir uns noch in gemütlich Zeit. Und bring noch ein wenig Versteigung ran, weil ich werde die, glaube ich, brauchen. Das da. Mal rum, noch in Gebäude geplant. Was? Ach. Pff. 16 Minuten, ey. 16 Minuten, da baue ich dir eine Rakete, Mensch. In 16 Minuten ist... Oh, ich kann schon einen hier der Bunga kaputt machen. Ist ja geil. Geil. Vielleicht auch nicht. Doch, doch. Geil. Na, ich kann schon irgendwie jetzt Zeug kaputt machen. Ey, warte mal. Ich habe da gerade eine... Fahrt mal hier zurück, da. Ihr fahrt zurück. Drei repariert da. Und oben. Hm. Ich habe da gerade eine geniale Idee gerecht. Hopp, repariert. Repariert halt beide. Mensch. Was ist das? Nee, nee, nee. Okay. Drei baut dann da oben mal. Also ich kann ja nur da rauf. Naja, da bräuchte ich dann... Nee, Moment, da könnte ich auch rauf. Kann ich da auch rauf? Nee, da ist was, aber da kann ich also nicht rauf. Außer ich hätte so Hoovercraft mäßig Zeug gebaut. Was ich aber nicht gemacht habe. Ja. Warum nicht? Weil ich schlau bin. Yeah. Wer schlau ist, der baut sowas nicht. Muss ich noch einen Commander mitnehmen? Ja, ich muss noch einen mitnehmen. Okay, dann lade ich dich wieder aus. Und packe dich noch in. Und dann stehe ich den ganzen Scheiß mal los. Ihr lasst euch mal schön reparieren, ja. Vielleicht. Wenn ihr mal Lust habt, ne. Also so. Wir haben es ja da eigentlich. Wir haben noch acht Stunden damals Zeit. Eine Stunde noch. Ach. Hör mir auf. Hm, gut aufgeräumt. Doch, ja. Vor allem die Raketenzieher stehen noch. Aber alles andere ist freck. Wir wollen so denn ohne Abschlussbasis die Dinger abschießen, ne. Das erklärt mir jetzt aber mal, Jungs. Das erklärt er mir jetzt aber mal. Und davor braue ich, braue ich dann, ja, ich braue dann davor ein paar Rippel. Was, was hat das überhaupt? Höre Reichweite. Also das hat 10.000, macht 700. Das hat 11.000, macht aber nur 280. Hm. Ach, bau mal ne bunte Mischung, ne. Bau mal 5 mal Rippel. 5 mal greifen die Gebäude dann an. Ich speichere besser mal. Daran habe ich jetzt gar nicht gedacht, dass die die Gebäude angreifen könnten. Wir werden es gleich wissen. Ob ihr es heute nochmal schafft, euch reparieren zu lassen? Ich glaube es nicht. So, schauen wir mal, was das Ding jetzt macht. Konstruktion abgeschlossen. Es greift die Mauer an. Ernsthaft jetzt. Es macht nur die Mauer kaputt. Na, ich hoffe mal das Beste. Hellstorm. Nein, ich will die normale Hobitze. Wenn ich die noch bauen kann. Und da bauen wir dann... ...das Zeug hier davor. Warum kann man denn eigentlich keine Angriffsbefehle geben? Ist doch irgendwie scheiße, oder? Also, finde nur ich das scheiße, oder? Ich finde es allgemein mehr scheiße. Konstruktion abgeschlossen. Bislang die die Gebäude da unten nicht anplätten. Ja, genau. Blättet sie mal an, Jungs. Greift die da oben mal an. Pff, das geht halt nicht. Aber ich kann ihre Energie sehen. Geil. Konstruktion abgeschlossen. Pff. Schießen die Mauern kaputt. Ich glaub's einfach nicht. Yes. Noch mehr Verstärkungen. Oh, ist dem dazu? So, ich treue, will ich da... Aha, ist... Soll. Ach, der ist schon zugewiesen. Ach so. So, du bist... Du bist noch nicht zugewiesen? Dann aber jetzt. Jetzt schick den Rest noch... Her. Also, euch, euch. Die ich auch noch. Dann euch noch. Konstruktion abgeschlossen. Ich greife die Gebäude halt echt nicht an. Moment, was hast du vor? Oh nein. Nein. Böser Junge. Haha, geil. Ah, nicht so geil. Konstruktion abgeschlossen. Gar nicht geil. Böse. Nein. Jetzt darf ich wieder laden. Scheiße. Ich hätte es wissen müssen. Okay. 42, 40, 41. Also, alles umsonst. Geil. Muss ich anders machen. Muss ich... Wie mache ich das jetzt? Missionstimer aktiviert. K-1, meldet. K-1, K-1. Gute Frage. Wie mache ich das jetzt? Also, ich setze da oben auf jeden Fall einen Radarturm hin. Dann vielleicht auch ein paar Flags. Und Reparaturplattformen. Verstärkungen sind eingetroffen. K-1. Äh, jetzt schon? Achso, das waren die letzten Verteidigungen. Ja, da ist kein Commander dabei. Gut. Dann ergibt das Sinn. Ja, das ergibt Sinn. So, 1. So, 1. Oh Gott. Also, ich baue auf jeden Fall erstmal so einen scheiß Radarturm. Wofür auch immer. Baue ich hier Radarturm. Und ich baue drei Reparaturplattformen da vorne. Also, ungefähr hier eine. Ungefähr hier eine. Ach, was soll lecker? Jetzt bauen wir vier. Ich kann keine vierte bauen. Dann nur drei. Ich wollte die ganze Zeit nur drei bauen, weil... Ach, ja, genau. Blockt euch wieder, ihr Idioten. Äh, ich brauche mehr Einheiten. Schickt los. Schickt mir, was ihr da habt. Expressversand. 24 Stunden über Nacht. Jawohl. 24 Stunden sind sie da. Hm. Könnt eng werden zeitlich. Ach. Das ist deutsch. Die Stunde strecken wir auf 24 Stunden. Ich könnte auch ein wenig Artillerie hinstellen, ne? Hm. Hm, 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 hm. Das wäre auch eine gute Idee, so. Hier da technisch, ne? Hm. Ja, doch. Ich habe einen Plan. Ich stecke mir eine Zigarre in den Mund und nenne mich Hannibal. Äh. Dann fahre ich mit einem Bus, der einem Schwarzen gehört, durch die Gegend. Und sagt ständig, wie toll ich es finde, wenn er einen Plan funkt. Okay. Warum fährt der jetzt seine Heine da rüber? Ey, pass auf. Ich baue da drüben den Einturm, du machst hier drüben weiter mit den drei Dingen. Kapiert? Mann ist das ein Idiot So was baue ich jetzt Die Hauptbizze oder die Ripple-Raketen Ah ich baue die Hauptbizze Komm Wie weit vorne kann ich sie denn bauen Oh Gott kann ich die weit vorne bauen Ist ja geil Eins, zwei Drei Kann ich die ganz rechts? Moment Konstruktion abgeschlossen Konstruktion abgeschlossen Ich muss genau schauen Also ich fang mit der da an Sicherheitshalber Oh ja ich komm da hin Wie geil Wie geil, wie geil, wie geil Ich bin Cartman Äh Moment Vergess das Mit meinem Adolf Hitler Kostüm Yeah Hey cool Chefko hat Angst vor Gespenstern So Nun schickt den Rest noch los Wo ihr habt Ist das überhaupt der Rest? Nein Das ist noch nicht der Rest So was baust du jetzt da drüben noch? Konstruktion abgeschlossen Oh baust du noch ein bisschen Luftabwehr Hab ich mir gedacht so So ein, zwei Dinger Luftabwehr hier Ah nein So hab ich mir das nicht gedacht Ich will da schönes Dreieck formen Dreieck Ich bin so blöd ein Dreieck zu machen Kritisch, kritisch Konstruktion abgeschlossen Ist aber auch schwer so Dreieck Dreieck vor allem Wie kommen wir auf Dreieck? Konstruktion abgeschlossen Keine Ahnung Geil Einfach nur geil Können die auf noch was schießen oder? Ich seh nicht mehr auf das Scheiß Rippelraketen da oben irgendwo Hm Nicht so schön Ja nicht so schön Naja Wir haben ja noch Geil mal wen Wie? Ich bin schon auf Vollgas Ich bin schon auf Vollgas Das war eine dumme Scheiße Die Rippelraketen haben einfach eine höhere Reichweite als meine Haubitzen Naja Bauen wir halt da noch Rippelraketen hier Dann patas Dann patatatat Zonan Da 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 Ich seh nicht, wo sie hinschießen Oh nein Die Rippelraketen baue ich in zweiter Stellung Jetzt bin ich mal gespannt, was er da hinbaut Beides kann er ja wohl schlecht hinbauen Oder? Kann man zwei Gebäude übereinander bauen? Ich probier's gar nicht erst aus Ja, es geht, aber dann löscht dir deinen Spielstern Und du musst alles von vorne machen Oh, oh, oh Oh, da kommt der Rest Nein, ist noch nicht der Rest Da kommt glaube ich noch was, oder? Bisschen was kann ich noch anfordern, oder? Oder? Ich sag heute verdammt oft Oder, oder? Oder, oder, oder Äh Nein, oh, ich kann nicht Du bist schon voll Der Commander ist schon voll Welcher ist denn noch nicht voll? Äh Du da Hatte, hatte du da? Och, wo ist denn mein anderer Commander da? Ich brauch noch genau vier Einheiten, müssten noch da sein Eins, zwei, drei, vier Yes, schön klaus Sieht doch schon mal gut aus So, was macht mein Luftarwehr? Ah, das sieht doch mal gut aus Gebäude wird angegriffen Konstruktion abgeschlossen Konstruktion abgeschlossen Schön, wie er sich da irgendwo hinkeilt Wo er gar nicht hin kann eigentlich So, und dahinter baue ich da noch ein paar Rippel Rippel, Rippel, Rippel Ich will dauernd Ripples sagen Warum will ich dauernd Ripples sagen? Weil ich zu viel Äh, Metroid gesehen hab Von Funk Royale Herrlicher Let's Player Man kann's einfach nicht anders sagen Und ich schieße auf Feinde, die ich noch gar nicht sehe Find ich geil Das find ich jetzt einfach mal geil Konstruktion abgeschlossen So, bau da noch ne Rippel-Raketen-Stellung Äh, nein Das sind Hau-Bitze Verdammt Das kann ja nicht mal mehr Raketen und Hau-Bitzen unterscheiden Ich hätte den Turm vielleicht, wenn wir weiter oben bauen sollen So, Rippel-Raketen Baue ich mal Eins Baue ich mal hier so Technisch da hin Ne, wa? Ja So sieht doch gut aus So sieht das doch gut aus Genau Und ich baue noch einen zweiten Turm Und ich baue noch nicht Vielen Dank.